Es ist nicht voll und wenn es zu voll ist und man müsste Slalom schwimmen, fährt man erst wieder nach Hause und versucht es ein paar Stunden später. Also ich finde es toll. Toll, ich würde Arbeit widmen. Genau, die Eröffnung am Samstag. Dazu wollte ich was erzählen. Das Wissen habe ich gemacht und dann einfach nur rein ins Kühle, Nass und ein paar Bahnen ziehen. Ich muss sagen, mir haben die jetzt gar nicht gereicht. Ich habe ja vorhin von Frau Helmer gelernt, 20 Bahnen sollen es eigentlich doch dann sein. Und die würde ich auch gerne noch voll machen. Also springe ich noch an und da muss ich dich leider wieder ablegen. Davon will ich jetzt ganz viele zeigen, liebe Anne. Hier sind erstmal so korrekt, so kennt man die auch. Ja und hier gibt es tatsächlich 700 verschiedene Pfeffer. 100 Jahre alt, diese Sorte aus Frankreich und dies. Und wir wollen uns hier noch ein bisschen austoben und ich darf zum Glück noch ein bisschen hier bleiben.